Go, Heldenchaos! Rückkehr in die Geisterminen. Ja, da das hier dieser Heldenchaos-Modus ist, musst du dir wieder einen von drei aussuchen, ne? Ja, aber das weiß ich doch. Ja, da 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 das weiß ich doch. Oha! Und während er das macht, kann er einen switchen und er fliegt so ne Kilometer zurück. Das ist ziemlich krass. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. So soll es sein. Ist das jetzt ein reguläres Spiel hier oder was? Ja, ein ganz normales Spiel. Einziger Unterschied ist, dass du deinen Helden nicht aussuchen kannst. Wie ist es gelich denn an Keltas? Keltas ist am Anfang Flamestrike und überall wo es geht Flamestrike halt. Und äh... Du musst da am Anfang Stacks sammeln. Also Leute treffen mit deinem Kuh. Und wenn du D drückst, dann hast du ja diese drei Kugeln über dem Kopf und dann hast du da einen größeren Flamestrike. Ja genau. Ah genau. Die 6 werden schnell voll sein. Wenn du stirbst, sind die weg, ne? Also wenn du das Quest-Talent voll hast, natürlich nicht. Aber der Trick ist, du darfst nicht sterben. Aber die lassen sich auch hart treffen davon, ne? Das ist schon cool. Ja. Ab jetzt schon neun. Die Minen öffnen sich weit. Die Untoten werden erwachen. Ab jetzt zwölf. Ja. Genau. Unaffnen sich doch ab. Du kannst das jetzt wieder sein. Jetzt gibt es keinen zurück. 검adi. Das braucht mir. Wow. Wow. Ja, jetzt gibt es halt mehrere Eingänge, nicht? Vorher hat es ja nur eine oben und Wunsch und jetzt hast du hier noch links und rechts einen. Oh, ha? Ah, ja gut, ja gar nicht. Vielleicht bist du da 18 oder nicht? Klassiker! Fuck! Oh boy oh boy! Ich darf nicht versagen. Ein kühler Plan. Ich darf nicht versagen. Ich darf nicht versagen. Ich darf nicht versagen. Gehe tale kühler. Wir haben den Weg noch, wir haben den Weg noch, wir haben den Weg noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Leech, der hebt sich in meinem Tempel. Das war's für heute. 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 Alter Schwimmer. Lauf! Unser Tank hat Angst. Oh, ne? Das war's für heute. Nice. Das war's für heute. Oh, der ist dick. Ja, passiert, ne? Ja, richtig. Ich glaube, das ist meine Überraschung. Dafür, dass ich nie richtig gespielt habe. Ich glaube, der könnte mir liegen. Das war's für heute. Ich glaube, 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 das war's für heute. Und das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht bist du für heute nicht eine ganze Zeit. Unfassbar 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 Boah, die spielen echt gut zusammen. Nice. Boah, habe ich nicht oft gestorben, Junge. Der doppelte Flamestrike. War ja auch richtig, oder? Ja, richtig. So muss es sein. Ja, dann hau es nur nochmal mehr raus. Ja, die haben den Athanis echt viel verändert. Also im Moment komme ich noch nicht so klar. Ja. 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 Zucku! Nur weiter so! Nur weiter so! I'm going to kill you! Just kill you! Ha 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 ha! Ha! This is the kill! I can't kill you! 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 Man, You can kill me! Alright, I can't kill you! Das war's. Was hat der Tor keine endgültige Male? Erkurt Färste Sie schauen Sie schauen Sie schauen Sie schauen Ein kühler Plan. 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 Ein kühler Plan.